Wie ist das Leben so als internationaler Verbrecher auf Rente? Ich brauche deine Hilfe, Dom. Letzte Woche hat ein Team von erstklassig koordinierten Fahrern einen ganzen Militärkonvoi ausgeschaltet. Mit ihrem letzten Job haben sie ein neues Level erreicht. Du wirst mir helfen, diese Typen zur Strecke zu bringen. Und wieso sollte ich das tun, Haus? Das hier war letzte Woche. Er will dich durcheinander bringen. Letty ist tot, Dom. Ich muss es ganz sicher wissen. Dann komme ich mit dir. Das ist viel besser als der Müll in Rio. Viel besser. Arbeiten wir jetzt für den Hulk? Alles hat sich verändert. Breathe with me. Die Zielperson ist Owen Shaw, ein ehemaliger Major beim S.A.S. Wir kriegen Letty und liefern ihnen Shaw. Dafür erlassen sie uns alle unsere Strafen. Und wir brauchen Autos. Sorgt dafür, dass sie schnell sind. Wir reden hier von automobiler Kriegsführung. So was habe ich noch nie gesehen. Glaubst du an Geister? Man wendet sich nicht von seiner Familie ab. Auch nicht, wenn sie es tut. Ihr denkt wirklich, dass ihr gewonnen habt? Bei diesem Kodex, nachdem ihr lebt, geht es um Familie. Und das ist der Grund, warum ihr nicht mal mitgespielt habt. Verdammt. Breathe with me. Vielleicht tut mal irgendjemand was. Irgendein Panzer im Arsch! Das ist der Grund, wenn sie nicht mehr mitgespielt haben. WDR mediagroup GmbH